Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Nein, ich möchte nicht raus Oh, wir haben gerade wahrscheinlich Pfeilen ausgelöst Ja, haben wir Interessiert mich aber irgendwie nicht Wir bauen jetzt noch das restliche Erz ab Machen das dann einmal zu Gold Und dann ab in die Stadt mit dem Gold Und verkaufen Würde ich einfach mal so sagen Komm, baue weiter mein Erz ab Ja, ich sehe so wunderschön viel Ihr müsst euch jetzt leider mit dem Standbild zufrieden geben So Hier vorne haben wir noch eine Erzader Kommt Wunderschön Haben wir hier noch eine Erzader? Nein, hier hatten wir Hier waren wir schon Hier ist auch nichts mehr Hier ist auch nichts mehr Gut, dann lass uns nach oben laufen Hier haben wir noch eine Erzader Es ist so wunderschön Diese Ruhe Die jemand da hat Tränke, Tränke Oh, das war Nordmäh Ne Das Ding sagt mir nichts Geldbeutel und Geldstück Ist ja jetzt im Sack drinnen Schäbige Stiefel Brauche ich auch nicht Aber ich brauche Erz Man gebe mir Erz Ich möchte es haben Ein Granatstein Uh Cool Man kann hier scheinbar noch mehr finden Außer nur Erz Wie schön So Hallo Die nächste Erzader abbauen Uh Spaß Total Ein Amnetist Und Eisenerz Hier haben wir noch eine Erzader Hier haben wir noch eine Erzader So Dann haben wir hier noch eine Erzader Ich glaube das war es auch schon an Erzadern Nein, davon sehe ich noch mindestens eine Aber die können wir noch mitnehmen Dann haben wir sehr viel Eisenerz Was ja gar nicht mal so schlecht ist So Hallo Ach hier Hier geht es nach oben Komm Komm Gib mir Erz Man gebe mir Erz Nicht super schön Oh Da habe ich noch eine Falle ausgelöst Egal Wir sind Wir sind Jetzt wieder Im Himmelsrand Raus aus dieser schrecklichen Mine Wenn die Ladezeiten nur nicht so lange wären Aber Was soll's Es geht ja Nein, es geht nicht Beeil dich Beeil dich Endlich So Wir laufen jetzt wieder zurück Und Haben Neben unseren Zauber Mineralerze umwandeln Und Genau Ziehen Die Novizenrobe der Veränderung an Gehen jetzt Und nehmen jetzt unseren 60 Sekunden fliehen Ja Keine Ahnung Umwandeln Nehmen jetzt diesen Schönen Und machen Uns zu Gold Erz Und dann gehen wir Zur drachenfeste Markierung Zack Laufen einfach dahin Und Sie besitzen nicht genügend Magiker Verdammter Wölfe Gebe mir Wolfspelz So Und du Gebe mir Schön Mein Gold Erz Wart mal Wo müssten wir eigentlich hin Karte Oh Nach Flusswald Ja okay Da können wir nachher hin Erstmal gehen wir zum Bedrachenfeste Und wir nehmen unser ganzes Gold Und machen wir da so eine langweilige Das ist eigentlich so eine richtig schön langweilige Folge In der man nichts tut Außer durch die Gegend zu rennen Und Golderz herzustellen Weil wir sonst keinen Bock auf irgendwas anderes haben Obwohl ich kann mir ja Auch die andere Robe anziehen Die regeneriert ja schneller Schon wieder Golderz Ich wette ich kann das in die Stadt nicht machen Weil es nicht geduldigt wird Zack Silbererz Was haben wir denn jetzt im Inventar Objekte Eisenbarren Wollen wir denn unser Erz Stahlbarren Wolfspelz Das Wir haben Golderz Eisenerz 40 Stück Ja okay Ja okay Das können wir ja ein bisschen noch machen Also da kann man ja noch ein bisschen machen Das werde ich Das werde ich jetzt auch gleich machen Und Dann wird das so eine Mega-Folge Die Wache wird vielleicht nervös Wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert Ja das ist mir scheißegal Ich schmelze jetzt schon mal erstmal was Ja ich weiß was ich machen kann Und ich möchte gerne einen Goldbarren herstellen Zack Und noch einen Eisenbarren möchte ich jetzt eigentlich nicht machen Silbererz Wieso habe ich nur Silbererz Hm Egal Ähm Bin ich gleich fertig damit Na Zack So Veränderung auf Level 16 Super schön Jetzt kann ich mir auch noch ein Goldertz machen Oder Ja Einen Goldbarren Schön Zack Da habe ich meinen Goldbarren Den Goldbarren Oder das Ding werde ich jetzt schmieden Und zwar Gusseiserner Topf Och ja Was macht man denn damit Ich mache jetzt auf jeden Fall mal einen Ähm Ja Eine Goldene Heizkette Und noch eine Goldene Heizkette Und noch eine Goldene Heizkette Einfach nur so Weil ich es kann Dann Können wir noch was machen Goldene Diamanthalskette Nein Können wir nicht machen So wählen Rubin Diamant Saphir Nein So Lederarm Schienen Lederhelme Ach Ja Komm Können wir alles Verballern Äh Brauchen wir vier Leder für Komm Machen wir einfach mal Alles Was wir hier haben Gut Und verkaufen das jetzt Denn Wir wollen ja irgendwie Gewinn machen So Ja Lass mich verkaufen Und zwar halt Meinen Eisendolsch Mein Eisendolschfein Eisenpanzer Heizschuhe Stahlschild Und Äh Die Lederstiefel So Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen Falls ihr etwas braucht Ja Das werden wir bestimmt machen Aber Wir gehen jetzt erstmal wieder nach Weiß Nein Weißlauf Flusswald Ähm Riverrun Nein Egal Egal Wir gehen erstmal dahin Und auf dem Hinweg dahin Machen wir jetzt noch ein bisschen Golderz Aber Das würde ich sagen Mache ich Außerhalb der Aufnahme Denn Es macht jetzt bestimmt Keinen Sinn Irgendwie die ganze Zeit hier durchzulaufen Wird das heute mal Eine etwas kürzere Folge Eine kürzere sinnlose Folge Sagen wir mal so Und Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Haut rein